Hallo, Paraguay Live, ich bin der Pit und wie immer herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay. So, das heutige Thema Internet, sehr, sehr wichtig. Da haben mich viele von euch schon mal gefragt, Pit, wie sieht es mit dem Internet, beziehungsweise mit der Internetverbindung in Paraguay aus. Nicht nur in Paraguay, sondern in verschiedenen Gebieten. Okay, also falls euch das interessiert, bleibt einfach dran. So, nochmal auf die Frage zurückzukommen. Internet, klar, eine wichtige Sache, ohne Zweifel. Und wie gesagt, ich habe für euch gute Nachrichten. Nicht, was unbedingt das Internet in Paraguay angeht, sondern einfach über die Möglichkeit, Internetanschluss zu erhalten oder beziehungsweise überhaupt Internetverbindung zu haben. Es betrifft vor allem die Leute, die etwas außerhalb des Großraums Asunción beziehungsweise Ciudad del Este wohnen. Und das sind, denke ich mal, die meisten von euch. So, jetzt bin ich wieder in meinem Büro und die Hühner sagen, Junge, gib was zum Fressen. So, jetzt Spaß beiseite. Kommen wir wieder zum Internet. Okay, also wir haben heute die Möglichkeit, also nicht nur heute, aber heute habe ich da zufälligerweise aufgenommen, wie man im Prinzip zu einer Internetverbindung kommt. Das heißt, ihr kauft ein Grundstück, meistens kauft ihr das Grundstück außerhalb des Großraums Asunción. Also, ich sage mal, fast 80 Prozent von euch wollen nicht in der Hauptstadt oder, sage ich mal, in der direkten Umgebung wohnen. So, die zweite Sache ist natürlich Strom, Wasser und etc. Die ganze Infrastruktur drumherum, aber natürlich mit das wichtigste Internet. So, und dann natürlich die größten Gesellschaften. Die werde ich euch unten in der Videobeschreibung geben. Denn dazu gehören Tigo, Personal und Claro, sind die drei wichtigsten. Die kann man im Prinzip mehr oder weniger vergessen. Also, ich kann persönlich nur die Firma Tigo nennen. Also, ich hatte mit den Leuten die schlechtesten Erfahrungen gehabt. Warum? Ja, wieder so bei den großen Firmen ist ganz kurz. Die wollen nur Geld verdienen, aber keine Leistung bringen. Ja, also die Leistung war sehr schlecht, die Beratung so gut wie keine. Man wartet stundenlang in der Warteschlange und kommt nicht voran. Deshalb habe ich gesagt, Schluss, vorbei, auf Wiedersehen, zumindest jetzt. Und habe natürlich nach Lösungen gesucht. Und wer sucht, der findet auch. Und ich habe es gefunden. Schaut euch aber den kurzen Film mal kurz an. Ich werde euch ja nachher ein paar Sätze dazu geben. Es geht um einen Turm und einen Mast, was man aufbaut. Ja, und da setzt man einfach oben drüber ein Sender und es funktioniert. Das betrifft alle diejenigen, die Grundstück außerhalb suchen. Ja, also ich kann euch ja fast 100% zusichern, dass es zu 100% funktioniert. Ich habe es selber ausprobiert. Mittlerweile sind noch viele anderen, die schon es ausprobiert haben und es funktioniert. Es gibt natürlich keine perfekte Lösung. Aber das ist, denke ich mal, die Lösung. Lösung. Das ist, denke ich. Das ist, denke ich. Das ist, denke ich. Also man baut ein Mast, was in diesem Fall nur 20 Meter hoch ist. Also die Jungs kamen, die Techniker haben es nachgemessen, haben festgestellt, okay, hier der Empfang reicht ein Mast von 20 Meter. Die andere Truppe ist morgens gekommen, hat den Mast hingestellt, natürlich alles vorher auf Bestellung vorbereitet. Die Jungs kamen so gegen 7 Uhr morgens und waren, schätze mal, gegen 11 spätestens fertig mit dem Aufbau des Mastes, beziehungsweise des Turms. Dann kamen die Techniker etwas früher und haben alles koordiniert. Das heißt, den Sender hochgebracht und den Empfänger, den Router ins Haus gestellt, Internet angeschlossen mit Passwort und es funktioniert. Es kostet 300.000 Guarani, also ich sage mal, umgerechnet sind das knappe 50, 45 Dollar monatlich. Es ist nur Internet, es ist nicht billig, aber es funktioniert. Und sonst habt ihr, denke ich, auf dem Land wirklich schlechte Möglichkeiten, Internet zu haben. Das ist also zurzeit, meine persönliche Meinung, ist die beste Lösung. Und es funktioniert. Vielen Dank nochmal für eure Zeit. Ich hoffe, ich konnte mit diesen Informationen euch weiterhelfen. Wie gesagt, für diejenigen, die den Kanal noch nicht abonniert haben, bitte schnell abonnieren, um keine wichtigen Paraguay-Informationen zu verpassen. Likes nach oben, wie immer, das Video teilen. Das ist ja auch mal wichtig. Und wie gesagt, hier links werde ich euch weitere Videos aus unserem Kanal Paraguay-Live-Kanal empfehlen. Und hier oben könnt ihr direkt drauf drücken und den Kanal abonnieren. Mach's gut, bleibt gesund und wir sehen uns sicherlich in Paraguay. Ciao, ciao.